Salve und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. In diesem Video erfährst du, wie du das Gestell zum Drehen baust. Für dein Gestell benötigst du ein solches Höckerchen oder Fußbänkchen. Du wirst anschließend von oben durch das Loch filmen, weshalb es wichtig ist, dass dein Hocker ein Loch oben aufweist. Wenn man den Hocker umdreht, stellt man fest, dass dort eine Querstrebe angebracht ist, die beim Filmen stört, weshalb diese entfernt werden muss. Prüfe zunächst, ob dein Hocker an den Seitenschrauben aufweist, die du entfernen kannst, um die Strebe zu entfernen. Wenn dies nicht der Fall ist, hilft nur noch der Griff zur Säge. Säge dann an den hier rot markierten Stellen die Strebe ab. Wichtig ist danach, dass du dich nicht mehr auf das Fußbänkchen draufstellst, da durch die fehlende Querstrebe die Stabilität nicht mehr gegeben ist. Nun kannst du schon mit der Projektwoche weitermachen. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. Ja!